Tolle Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen direkt zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil ich weiß nicht, ob ihr das Problem noch kennt, dass mein Mikrofon sich einfach so stumm geschalten hat bei OBS. Auf jeden Fall ist es damals mal ein paar Mal aufgetreten und gerade schon wieder. Geil, ne? Super, super geil. Naja, unser Run eben war sowieso nicht so gut. Ähm, wir haben nichts freigeschalten oder so, wir haben nichts geschafft. War einfach nur so ein stinknormaler, komischer Run, sag ich mal. Zack. Okay, ich nehme das Dingsspiel nicht mit. Alles klar. Dann halt nicht. So, rein. Timmy. Essen und essen. Zack. Dolores. Und die Gasmaske mitnehmen. So, Axt und Essen haben wir, ne? Genau. Äh, Axt und Dings haben wir. Irgendwas. Was war das? Mir fehlt auch das Radio, ne? Oder habe ich das Radio schon mitgenommen? Ich weiß es nicht. Wie es aussieht, habe ich es schon mitgenommen, weil ich sehe es hier nirgendwo mehr. Doch da. Ne. Doch da hinten. Zack. Bisschen Trinken noch mitnehmen. Komm, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das Spiel noch mit. Oh, ich dachte gerade, ich komme da gleich nicht durch, Alter. Oh, Kacke. Und wir haben ne Karte nicht. Scheiße, stimmt. Okay. Ja, unser, ähm... Ja. Unser Run eben war halt nicht gut. Wir haben halt nichts geschaffen. Wir haben nichts freigeschalten oder so. Aber naja. Okay, ja, wir haben... Naja. Aber wir können uns jedenfalls gegen die Banditen wehren. Ähm. So, was soll ich sagen? Ich wollte sagen... Genau, ich hatte im letzten Part, also in dem Part, der jetzt nicht der letzte Part war, sondern, ja, kein Mikrofon und so. Ähm, hatte ich erwähnt, dass, ähm, die Macher von 60 Seconds, ähm, meinen Tweet geliked haben. Also, das Video zu... Äh... Okay. Ähm, zu dem letzten Part, zu dem Kuckus-Nest-Achievement. Den Part haben sie geliked. Also in dem Tweet zu dem Part haben sie geliked. Voll geil! Das hat mich übel, übel gewundert und gefreut vor allem, dass die Macher von dem Spiel, was ich hier spiele, einfach den Tweet geliked haben. Das ist übel cool. Ich hätte das nie erwartet, dass irgendwie sowas mal passiert. So. Ach komm. Jetzt kommt die... Ich sollte warten. Ich sollte bis Tag 5 abwarten. Mit den... Expeditionen. Okay. Ähm. Ja. Ich bin ja... Ich bin ja ein sehr kleiner, sehr, sehr kleiner YouTuber. Und deswegen wundert mich das, dass die gerade mein Video dazu liken. Wir nehmen das Radio, was zu saven. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Es hat mich richtig gefreut. Jo. Okay. Äh. Okay. Hungrig. Hat das Mary Jane? Nichts. Okay. Timmy ist hungrig. Und Timmy hat Geburtstag. Wir schenken ihm das Spiel. Eben im Part, Alter. Oh. Gleich am Anfang am Tag. Keine Ahnung. Auch 10, 11 oder so. Also kam ein Event, dass die irgendwie... Dass die langweilig ist. Die ist das. Dass wir entweder Karten spielen oder mit dem Brettspiel spielen sollten. Äh. Timmy nicht, ne? Genau. Und wir hatten kein Brettspiel. Äh. Nö. Wir hatten kein Brettspiel. Und dadurch sind die beiden verrückt geworden. Timmy ist dann abgehauen und er hat auch. Ha. Geil, ne? Richtig, richtig geil. Und das hat uns dann im Endeffekt den Run zerstört, weil Dolores dann später gefangen wurde. Bei einer Expedition. Oh. Schön viel Essen. Äh. Gefangen wurde bei einer Expedition und ja. Das hat uns ein bisschen... Ein bisschen was versaut. Aber... Was soll's. Der Bart ist ja jetzt eh nicht mehr da. Mann. Dum, 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 dum. Okay. Ja. Die brauchen alle trinken. Dolores immer noch essen. Kannste haben. Wir schicken Timmy raus. Mit der Gasmaske. Bring mal. Aber was sollst du denn mitbringen? Eine Karte wäre ganz cool. Eigentlich. Und viel trinken. Karte und viel trinken. Das wäre schön. Dolores braucht immer noch Essen. Mary Jane? Nicht. Okay. Dolores kriegt Essen. Wir hören Radio. Und ich trinke etwas. Nachdem wir diesen Tag gemacht haben. Äh. Immer noch Hunger. Alter. Was ist denn mit dir, Mensch? Ei, ei, ei. So. Ah. Ja. Kontakt hergestellt. Okay, cool. Kontakt ist hergestellt. Mary Jane hat Hunger. Und Ted auch. Okay. Scheint ein freundlichen Sammler zu sein. Äh. Warum kann man das Spray dagegen nutzen? Ich nutze mal die Waffe. Wenn sie kaputt geht, können wir sie ja vielleicht mit dem Buch reparieren. Deswegen. Äh. Ah, hi, hi. Fluch zu schlagen. Okay. Sie brauchen alle Wasser. Am nächsten Tag. Okay. Timmy ist wieder da. Und hat kein Trinken mitgebracht. Was? Hast du überhaupt was mitgebracht? Nicht mitgebracht. Nicht mitgebracht. Dein Ernst. Dein Ernst, Alter. Timmy hat Hunger. Ja, wir gehen an die Telefonbuchse ans Telefon. Okay, das war das gute Telefon. Das gute Telefon klingeln so. Äh, hä. Timmy ist hungrig. Ja, müssen wir ihn rausschicken halt. Gut, wir müssen ihn auf eine Expedition schicken. Ziegel von der Wand gelöst. Das ist doch... Ja. Das ist für No Stone Unturned, glaube ich. Ein Riss in der Wand. Ein Ziegel in der Wand. Was auch immer. Haben wir irgendwas bekommen dadurch? Ja. Wow. Okay. Timmy hat immer noch Hunger. Ähm. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und zwar, ähm... Braucht man für das No Stone Unturned Achievement drei verschiedene Events. Und zwar die drei. Einmal der Safe in der Wand. Einmal die Kanalisation. Und einmal das, was wir eben hatten. Das mit dem Riss in der Wand. Beziehungsweise mit dem... Siegel, der abgegangen ist. Ähm. Mary Jane wird wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Rechtzeitig. Wir haben nur noch einmal trinken. Das heißt, wir werden Ted wahrscheinlich trinken geben. Und wir haben wieder das Gewehr. Äh, äh, Gewehr. Schön. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Oh, ja. Ist das dein Ernst? Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unsere Rettung. Oh. Timmy geht es furchtbar. Ja, äh, kann ich verstehen. Oh, unsere Rettung, Alter. Huh. Ach, Mann. Geil. Geil. Schön, schön. Magenknurrt. Okay. Ted kriegt Essen. Nein, keiner kriegt... Nein, keiner kriegt trinken. Als ob ich jetzt mein Trinken verschwenden würde. Mann. Niemals. Kann Mary Jane bitte zurückkommen? Sie hat die Gasmaske noch, Mann. Außerdem brauchen wir trinken. Ha. Schön. Äh, wir können dem Militär leider kein Signal geben. Unsere Taschenlampe ist kaputt. Mann. Mary Jane ist wieder da. Komm. Ja. Trinken. Geil. Aber eine kaputte Gasmaske. Mh, ja gut. Drei Flaschen Wasser, eine kaputte Gasmaske. Immerhin. Immerhin. Timmy und Mary Jane brauchen Essen. Ja, komm. Wir schicken Ted gleich raus. Wir gucken uns das Foto an. Damit keiner verrückt wird. Es darf keiner da verrückt werden. Das wäre ein bisschen schlecht. Wir können auch Dolores rausschicken. Sehr gut. Hunger. Wasser, Wasser. Okay. Hunger. Dolores geht raus mit... Was geht sie raus? Eigentlich mit nichts, oder? Nee, mit nichts. Mit nichts. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dem geht es furchtbar. Ja, jetzt kriegen sie alle Wasser. Mary Jane ist immer noch hungrig. Wow. Cool. Vielleicht. Ein bisschen. Eigentlich gar nicht, aber okay. Äh, immer noch Hunger. Alter. Jungchen. Ist nicht so viel. Meine Güte. So, Tag 27. Wenn sie jetzt noch Hunger hat, ne? Okay. Aber es ist nett, hat Hunger. Ja, du darfst Hunger haben. Du hattest lange keinen Hunger. Die Taschenlampe reparieren. Ja. Wollen wir. Ja, wir haben sie sogar repariert. Schön. Sehr geil. Aber... Einfach explodieren. Hä? Wo ist sie da? Okay. Etwas Wasser für Timmy wäre schön. Ja. Ted wurde verletzt. Ja. Will ich jetzt nicht heilen. Glaube ich. Falls du Loris gleich krank zurückkommst. Ich glaube, so eine Verletzung ist nicht so schlimm. Bin ich der Meinung. Also, ich weiß nicht ganz genau, aber ich bin der Meinung. Äh, warte mal. Wo ist der Ball, wenn man einen braucht? Weil wir uns so langweilig. Und wir brauchen etwas, um uns zu beschäftigen. Wir spielen... Ein Spiel. Okay, keiner ist verrückt. Sehr gut. Kann man nie mit Beispielen hören, dass die Dame fast in den Wahnsinn getrieben hat. Auf manche Leute wirkt Dame halt so. Oh, verdammt. Aber sie ist noch nicht verrückt geworden. Das ist das Gute. Sie ist nicht verrückt. Dolores ist wieder da. Schön. Oh, schöne Karte mitgebracht. Das ist geil. Und sie ist nicht krank geworden. Das ist noch geiler. Eine... Okay. Okay. Das ist nett. Das ist sehr nett. Okay. Ted mit Narben bekommen. Ja, ist okay. Ja, wir gehen hin. Das sind die Zwillinge, soweit ich weiß. Ja. Waren die Zwillinge. Ja. Okay, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm. Alles gut. Okay. Ted braucht... Äh. Dolores braucht Essen. Ach komm, wir heilen jetzt Ted. Wir heilen Ted. Und wir geben dem Militär ein Signal. Ja. Ja. Geil. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Äh. Ist hungrig. Ja. Militär. Durst. Timmy Durst. Dolores. Essen. Essen. Mary Jane. Dolores Essen. Oder war Timmy Essen? Ne. Mary Jane. Okay. Äh. Wir schicken Timmy ohne irgendwas raus. Ja. 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 Wir brauchen wieder neues Wasser bald. Wir brauchen bald wieder neues Wasser. Äh. Immer noch Hunger. Alter. Was ist der mit mir, man? Okay. Und am nächsten Tag kriegen alle trinken. Ja. Wir geben ihr Munition. Denn dadurch... Hilft sie uns doch irgendwie einmal, ne? Oder? Vielleicht finden wir es eines Tages heraus. Bestimmt finden wir es heraus. Irgendwas, irgendein Eventwitter kommt. Schätze ich mal. Sind sie nach Toren? Seltsam Geräusch. Check. Du hast schon eine Weile nichts mehr gesagt. Okay. Gut. Wir reden mit ihr. Nicht, dass sie verrückt wird. Das wollen wir nicht. Das wollen wir eindeutig nicht. Äh. Okay. Ähm. Nein. Waffe. Waffe. Schloss. 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 Eindeutig Schloss. Eindeutig. Okay. Auch hätten würde. Okay. Alles gut mit den Leuten. Schöne Sache. Nein. Wir geben ihm das Dings nicht. Es kann sein. Mit einer geringen Chance, dass... Ähm. Okay. Dass er uns dann irgendwas zu essen gibt oder so. Aber... Nicht hundertprozentig. Nein. Wir retten Dolores da nicht, was das angeht. Ich brauche die Axt noch. Das ist das Problem. Ich brauche die Axt. Und es ist alles gut mit dir. Okay. Schön. Was haben wir verloren? Haben wir irgendwas verloren? Hunger. Nichts passiert. Schön. Äh. Okay. Wir nutzen die Waffe. Wir nutzen die Waffe. Timmy ist wieder da. Ist gar nicht mal so bad. Mhm. Zwei Flaschen Wasser. Ist okay. Mary Jane hat Doors. Timmy ist hungrig. Dolores ist hungrig. Und Ted ist hungrig. Mary Jane hat keinen Hunger. Okay. Alle haben Hunger außer Mary Jane. Ted... Ah. Timmy ist krank. Merke ich gerade. Timmy ist krank. Merke ich gerade. Oh. Das ist nicht so gut. Eigentlich. Nee. Nicht wirklich. Mhm. T-T-Mary Jane. Aha. Timmy hat Hunger. Dann kriegst du Essen. Schicken Mary Jane raus. Ohne irgendein... Mit der Karte kommen. Oh nein. Ohne irgendwas. Ohne irgendwas schicken wir Mary Jane raus. Irgendwas. Äh. Ohne irgendwas. Wenn gleich irgendwer... Irgendwie Banditen wiederkommen sollten, dann... Mach ich mal nichts dagegen. Zwillinge. Nice. Ja. Tim, Tim, Tim. Dim, 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 dim. Was dafür alle? Okay. Ja, wir gucken ins Alter sein. Bitte gib uns ganz viele Vorräte. Bitte. Ja. Medikit. Ne, am nächsten Tag kriegen sie alle trinken. Ich bin noch mal überlegen, ob ich... ...lieber Timmy gleich save. Oder nicht. Einmal essen. Okay. Einmal Wasser. Ach, ich weiß es nicht. Okay. Sie haben Mary Jane auch noch mitgenommen. Sein Ernst. Ich wollte... Oh. Okay. Dolores hat Hunger. Und Ted hat Hunger. Machen das so. Und wir starten eine Expedition. Wir müssen Ted rausschicken. Wir müssen Ted rausschicken. Timmy ist wieder gesund. Ja. Ted geht raus. Es geht nicht anders. Wir müssen irgendwen rausschicken. Müssen wir einfach. Wir brauchen wieder Vorräte. Wir brauchen wieder Vorräte. Wasser. Timmy hat Hunger. Ja, wir nutzen die Axt. Axt ist weg. Ja, was erwarten wir noch einen Tag? Der ist safe. Jetzt brauchen wir nur noch die Kanalisation. Bitte. Bitte Kanalisation. Ha. Komm. Schnell. Komm schnell heran. Ja, wir hören Radio. Timmy geht's wieder gut. Wir können Timmy auf eine Expedition schicken. Sogar Dolores. Dolores auch. Okay. Ha. Toll. Jetzt ist Timmy weg, oder? Ja. Man, ich kann... Wir können dagegen halt nichts machen. Das ist das Problem, Mann. Toll. Wir haben keine Axt mehr. Kann Ted verdammt noch mal wieder kommen? Aua. Ha. Mann. Immer noch nicht. Ted kommt nicht zurück. Ist das dein Ernst? Ja, gleich ist vorbei. Der Loch ist auch weg. Toll. Alter, das ist so übertrieben, ne? Das ist so übertrieben. Wie soll man das denn schaffen? Die Räuber kommen ja alle drei Tage. Da kann man doch gar nichts gegen machen. Ei, 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 ey. Mann. Die dunkle Seite. Das ist doof. Das ist übel dumm. Ach, Mann. Ach, Mann. Naja. Okay, wir können doch nichts gegen machen. Ich hab das Gewehr genutzt. Ich habe die Axt genutzt. Ich habe... Dings genutzt. Ähm. Das Schloss. Wir hatten keinen Pancake, der uns safen konnte. Wir hatten keine mutierte Mary Jane, die uns safen konnte. Es wurden alle entführt. Was soll man da machen, ey? Das ist ja übel. Naja, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei... ...das nächste Mal wieder. Haut rein. Na. Na.